Wow, wo fang ich an? Also wir haben uns schon länger natürlich nicht gemeldet, jetzt über eine Woche. Wir haben zuletzt ja in unserem Van gesessen und angekündigt, dass wir nach Bali fliegen. Denn wir werden morgen nach Bali fliegen. Und jetzt sind wir gerade da. Vielleicht machen wir einfach einen ganzen Wochen-Vlog draus und zeigen, wie unser Privatleben eigentlich aussieht, wenn wir gerade kein Van ausbauen. Und ihr bekommt jetzt gerade im Hintergrund tatsächlich auf den ersten chaotischen Einblick von unserer Unterkunft hier. Ich zeige euch mal ein bisschen rum, währenddessen daran arbeiten wir. Hier befindet sich unser Pool. Das ist eine ziemlich coole Form. Da kann man auch drin sitzen. Also da ist so eine Sitzbank drin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Dann befindet sich hier direkt eine Dusche, eine Außendusche. Okay, mag ich dir Baniak? Lara, willst du filmen? Wir machen jetzt einfach die Roomtour, wir starten. No, wir machen die Roomtour, wenn es fall ist. Wenn es fertig ist, ist ja gut. Wir haben quasi Vasen bestellt und die sind jetzt gekommen mit einem Fahrer. Unser Vasenverkäufer hat einfach einen Fahrer angeheuert, der die Vasen bei ihm abgeholt hat. Und dann kommen die alle einfach zu uns. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Alle kommen ab, 13 Vasen. Was wir hier vorhaben, ist quasi so eine rustikale Oase zu erschaffen mit unserem neuen Projekt. Ein bisschen mediterran auch. Mediterran, ja. Und ich denke, diese Vasen passen da schon echt gut in den Stil rein. Ach, hier sind noch viele kleine, Lara. Das sind ja wie Gerzenständer. Das sind keine Vasen. Also wir sind tatsächlich sehr im Zeitstress, weil wir nicht auf Bali bleiben wollen. Wir wollen nämlich noch nach Vietnam und eine Motorradreise machen. In drei Wochen? In zwei Wochen wollen wir nach Vietnam. Wir wollen das wirklich davon abhängig machen, ob die Villa fertig wird. Und wir fliegen nämlich nach Vietnam, weil Clara und Jonathan dahin fliegen. Und die haben die ganze Reise schon geplant und haben uns eingeladen, ob wir mitkommen wollen. Eine meiner Bucketreisen würde gerne an die Antarktika mal mit so einem Kreuzfahrtschiff. War auch super, super teuer, aber ein cooles Erlebnis. Wir fangen leider nicht in Ho Chi Minh an, weil wir es nicht schaffen. Weil Clara und Jonathan fliegen schon in drei Tagen los. Ja. Wir sind aber hier noch nicht fertig. Wir haben gerade Vasen bekommen. Also es wird nichts. Aber wir treffen die in einer halben Strecke in Da Nang. Und dann fahren wir hoch nach Hanoi, machen den Hanoi Loop und so weiter. Kurzer Realitätscheck. Ich mache gerade Abendbrot. Unsere Unterkunft sieht aus wie ein einziges Lagerhaus. Wenn man sich das hier mal anschaut. Und Marc macht gerade weitere Pakete auf. Und was gerade kommt? Das sind unsere Gläser. Und es ist ganz witzig, wie die manchmal die Pakete liefern. Das hier zum Beispiel war einfach ein Paket. Da ist das Ding drin, eine Kaffeemaschine und noch ein Filter. Und so wird das geliefert. Heute sitzen wir beim Notar und werden unseren Vertrag für die neue Unterkunft unterschreiben. Das ist ein ziemlich aufregender Moment, weil es ist ziemlich viel Geld tatsächlich. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, eine weitere Unterkunft auf Bali aufmachen zu können. Das war schon immer unser Traum. Und irgendwie ist es verrückt, dass das in Bali Realität wird. Das ist immer unser Traum in Deutschland. Ein Hotel zu haben oder so. Das ist unser... Ja, unser Notar. Das ist das primäre Exempel, wie Probleme in Nunesien gelöst werden. Probleme werden nicht repariert. Es wird davon nur nach der günstigsten Lösung gesucht. Ja, es ist offiziell. Wir sind offizielle Besitzer jetzt. Es ist der Folgetag, nachdem wir jetzt unterschrieben haben. Ich habe gestern eine Zahlung leisten müssen. Und heute müssen wir auch nochmal eine Zahlung leisten. Ziel für heute ist es, ein bisschen Ordnung in dieses Zimmer reinzubringen. Denn es ist ein absolutes Chaos. Man kann sich hier kaum noch bewegen. So, wir haben jetzt fix alles abgeliefert. Und jetzt können wir frühstücken gehen. Man denkt sich so... 0,35 km für einen Chocolat Fuisant ist ja günstig. Wenn man sich schon mal umrecht hat, sind das 2 Euro für einen Verzaunen. Das ist schon viel, oder? Wir sind jetzt heute Morgen im Crate frühstücken. Und das Crate ist eines unserer absoluten Lieblingsrestaurants hier in Chang'o. Auf jeden Fall haben wir eine sehr, sehr coole Ankündigung von uns. Denn wir haben gemeinsam mit unseren Freunden von Boarding Away, die ebenfalls viel Reisende sind und schon sehr, sehr viel Zeit auf Bali verbracht haben, eine Map für euch erstellt und eine Reiseguide. Und der Reiseguide kommt jetzt sehr, sehr bald. Vielleicht ist er schon draußen, bis wir mal in der Videobeschreibung schauen. Aber die Map ist auf jeden Fall schon fertig. Und auch schon draußen. Es ist eine interaktive Google Maps Map, auf der ihr all unsere Tipps und Tricks, alle Unterkunfts, Recommendations, alle Restaurants, die wir feiern, auch die wir nicht so feiern, Tipps und Tricks zum Transport, Telefonnummern von allen Fahrern usw. Das haben wir alles für euch in einer Map festgehalten, die ihr unten in der Videobeschreibung bekommt. Also schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr auch mal nach Bali kommt. Da ist absolut alles drin, was wir wissen müssen. Wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, einen Pickup Truck zu buchen. Ja, seht ihr gleich. Wir fahren hinter dem Herr. Ja, und der hat halt unsere ganzen Sachen jetzt hinten drauf. Und das hat 6 Euro gekostet. Und der fährt das jetzt direkt zur Villa. Und da müssen wir nicht 10.000 Kilometer fahren. Das haben wir jetzt alles nicht hingebracht. Stell dir vor, wir hätten das alles einfach mit dem Roller transportieren müssen. Ich habe Marc gerade im Coworking abgesetzt und bin jetzt die ganze Zeit zur Villa gefahren, weil erst kam jemand wegen den Matratzen, hatte ich ausgemessen. Dann kam jemand wegen den Gardinen. Jetzt gerade wurden unsere Lampen geliefert. Aber ja, ihr seht jetzt hier im Hintergrund unsere Lampen und ich bin ein bisschen schockiert, weil erstens die so aussehen, wie sie gerade aussehen. Da dachte ich mir so, okay, ich hänge jetzt eine auf im Schlafzimmer und jetzt hängt die einfach da. Und die ist riesig. Und ich weiß noch nicht, wie ich das Marc sagen soll, weil wir hatten uns die auf jeden Fall kleiner vorgestellt. Ja, das Band muss auf jeden Fall noch höher. Und ich finde es tatsächlich eigentlich ganz cool, wenn man den ersten Schock überwunden hat, wie groß diese Lampen sind. Ja, ich weiß nicht. Ich muss es gleich erst mal am Markt zeigen. Es ist Freitag. Wir sind wieder in der Unterkunft und wir haben jetzt einfach alles einmal sortiert. Also ihr seht, hier sind unsere ganzen Cleaning-Sachen jetzt. Hier haben wir alles, was in der Küche verteilt werden muss. Dann die Dekoration haben wir hier einsortiert und hier ist alles, was in den Abstellraum muss. Und ja, unsere Mülltonnen. Und der Rest ist halt alles in Raum 1 und Raum 2. Ja, und so sieht das jetzt aus. Auf jeden Fall schon wesentlich besser. Und wir fahren jetzt. Also ich bin heute echt ein bisschen erkältet und nicht so 100% topfit. Ich hoffe, dass sich das schnell wieder regelt. Aber ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch einen Schlüssel machen wahrscheinlich. Oder Marc? Ja, wir fahren jetzt. Bis zum nächsten Mal.